In diesem Video geht es um den Schriftsteller Gustave Flaubert. Ich erkläre dir, wer Gustave Flaubert war und was ihn so berühmt machte. Gustave Flaubert war ein berühmter französischer Schriftsteller, der im 19. Jahrhundert lebte. Er wurde am 12. Dezember 1821 geboren und starb am 8. Mai 1880. Flaubert ist besonders bekannt für seinen Roman Madame Bovary, der als eines der bedeutendsten Werke der Weltliteratur gilt. Gustave Flaubert wurde in Rouen, einer Stadt im Norden Frankreichs, geboren. Sein Vater war ein erfolgreicher Arzt und seine Mutter kam aus einer wohlhabenden Familie. Flaubert entdeckte schon in jungen Jahren seine Leidenschaft für das Schreiben und begann bereits als Teenager erste Texte zu verfassen. Madame Bovary ist Flaubert's bekanntestes Werk und wurde 1857 veröffentlicht. Es erzählt die Geschichte von Emma Bovary, einer unzufriedenen Hausfrau, die in einer ländlichen Gegend in Frankreich lebt. Sie träumt von einem aufregenderen Leben und hat mehrere Liebesaffären, um ihrem Alltag zu entfliehen. Der Roman ist berühmt für Flaubert's präzisen Schreibstil und seine detailreiche Darstellung der Charaktere und ihrer Umgebung. Neben Madame Bovary hat Flaubert viele andere Romane, Novellen und Erzählungen geschrieben. Einige seiner bekanntesten Werke sind Salambon, ein historischer Roman, der im antiken Carthago spielt, und Die Erziehung der Gefühle, ein Roman über das Leben und die Liebe eines jungen Mannes. Flaubert schrieb auch Die Versuchung des heiligen Antonius, ein philosophisches Werk über Religion und Spiritualität. Flaubert war bekannt für seinen präzisen und sorgfältigen Schreibstil. Er legte großen Wert auf die Auswahl der richtigen Worte und verbrachte oft viel Zeit damit, seine Sätze zu überarbeiten, bis sie perfekt waren. Dieser Stil wird als Realismus bezeichnet, weil Flaubert versuchte, das wirkliche Leben so genau wie möglich darzustellen. Gustave Flaubert hatte großen Einfluss auf die französische und die Weltliteratur. Viele Schriftsteller wie Marcel Proust und Franz Kafka bewunderten seine Arbeit und wurden von seinem Schreibstil beeinflusst. Flaubert's Romane und Erzählungen gelten als wichtige Werke der Literaturgeschichte und werden noch heute in Schulen und Universitäten auf der ganzen Welt gelesen und analysiert. Stolz, 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 Vielen Dank.